So Mädels, aufgepasst! Ich habe das totale Killerkleid aus der Martha with Love Glamour Collection an. Das ist unser Kleid Madeleine. Das ist aus Jersey, hat hier vorne Pailletten und mit dieser Lederjacke oben drüber ist es halt Glamour, aber sehr rockig. Mit dem Kleid könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr auf der Pirsch seid. Dieses Outfit tut genau das. Ich zeige euch das auch gleich nochmal im Detail. So Mädels, und here it is, unser Madeleine mit Pailletten vorne drauf. Es ist wirklich figurbetonend. Ich glaube, das ist überflüssig, das zu sagen. Es sitzt wie eine zweite Haut. Innen drin hat es das fieseste aller Stretch-Futter auf der Welt. Das heißt, sämtliche Specki-Rollen werden dahin gedrückt, wo sie sein sollen. Ich fühle mich in diesem Kleid super wohl. Es ist durchaus auch ein Kleid, das ich an Curvy-Frauen gesehen habe, in größeren Größen und es sieht bombastisch aus. Also Chicas, los geht's. Mit diesem Outfit erobert ihr die Welt. Viel Spaß beim Party machen.